Referenzfahrt mit der Fire-Funktion Der Mini-Tipp Hallo liebe Leser-Freunde, ich starte dafür mal Lightburn. Ich wechsle auf den Reiter Bewegung. Hier sollte nun der Fire-Button sein. Sucht man den vergebens, muss man ihn zuerst im Menü bearbeiten, in der Geräteeinstellung aktivieren. Unter dem Reiter Grundeinstellung im Bereich Weitere Optionen den Punkt Leser-Feuerknopf aktivieren. Wird der Feuerknopf aktiviert, lässt sich ein manueller Lesestrahl auslösen, der einem zur Positionierung der exakten Position des Lesers behilflich sein kann. Der Fire-Button ist immer noch nicht da? Keine Sorge, Lightburn benötigt dafür einen erneuten Start der Software. Ich schließe Lightburn und öffne es erneut. Der Fire-Button sollte jetzt da sein. Über die Stärke kann man den Wert für die Leistung einstellen. Ich bin mir jedoch nicht sicher, inwieweit dies für einen Diodenlaser relevant ist. Der aktivierte Feuer-Button löst den Leserstrahl aus. Der deaktivierte schaltet ihn wieder aus. Wie man an der Stärke-Einstellung erkennen kann, besitzt der Leserstrahl immer einen positiven Leistungswert. Damit ist die Sicherheit für die Augen nicht gewährleistet. Über die Rechteck-Funktion erzeuge ich mir ein solches. Im Reiter Laser setze ich das Starten von auf aktuelle Position. Startet man die Rahmenfahrt, sprich Referenzfahrt, zeichnet der Laserkopf bekanntlich die Außenmaße meines Rechtecks nach. Wird die Rahmenfahrt gestartet mit gedrückter und während der Fahrt gehaltener Shift-Taste, fährt der Laser den Rahmen zusammen mit der Feuer-Funktion nach. Da die Fahrt ohne gehaltene Shift-Taste den Laserstrahl deaktiviert, lässt sich eine Rahmenfahrt mit Strahl während der Fahrt deaktivieren durch das Loslassen der Shift-Taste. Und natürlich geht es auch ebenso mit der runden Rahmenfahrt. Jetzt zu den Risiken und Nebenwirkungen. Der Laserstrahl ist aktiv und hat Leistung und ist für das Auge nicht geeignet. Die Funktion ist nach meinem Erachten bei einem Diodenlaser nur mit einer sensiblen Vorsicht zu nutzen. Ein guter Laserbesitzer sollte dies aber auch wissen. Dicke Dragon Küsschen.